Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer VH80 mit der Kalenderwoche Nummer 19 von meinem Filmtagebuch 2021 und ich hoffe euch geht es allen gut und seid gesund und munter. Ja, letzte Woche war wieder einiges los bei mir, ich habe, wie soll ich sagen, ABM-Maßnahmen bei mir durchgeführt, ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ich habe mir vorgenommen, ich will mal mein kommendes Sammlungszimmer ein bisschen umstellen und dann habe ich wirklich alles ausgeräumt, was nur so geht und dann ist mir irgendwie aufgefallen, es schaut extrem scheiße aus. Jetzt steht es fast alles genauso wie vorher, aber ich habe ein bisschen was verteilt. Also, ihr könnt euch schon mal darauf freuen, es wird, denke ich mal, demnächst ein neues Overview-Video geben, aber bitte, habt Geduld, ich bin alt geworden, ja, aber ich bin natürlich noch dabei, ich bin immer noch am Umräumen, aber langsam sehe ich schon mal ein Licht am Ende des Tunnels. Trotz alledem habe ich ein paar Filme geguckt und die Woche war es endlich soweit. Ich habe langsam meine, ja, Watchlist fast abgearbeitet von den ganzen einzelnen Filmen. Gott sei Dank, ich habe nur noch zehn Stück vor mir jetzt, ja, und dann habe ich sie auch alle fertig geguckt. Also, dann habe ich alle Filme gesehen, die in meiner Liste hier im Zimmer sind und bin langsam schon stolz drauf. Es ist immer viel, aber natürlich die Filmreihen. Die Filmreihen kommen noch sehr viel auf euch zu, also da könnt ihr euch auch freuen, aber auch da, wenn ich so ein wenig das Portsnit machen, wenn man jede Woche fünf, sechs ankommen, dann wäre ich auch irre, denn man braucht natürlich auch sehr viel Vorarbeit oder zumindest auch ein bisschen Vorbereitung für diese Videos dazu noch. Ja, und ich habe die Woche wieder eine Johnny Depp Woche gemacht, denn ich habe noch so viele Johnny Depp Filme übrig gehabt, die ich noch nicht gesehen habe, denn ich habe ja mal letztes Jahr alle Johnny Depp Filme mal geholt und seitdem nicht mehr weitergeguckt und jetzt sind solche Filme dabei, die mich wirklich wenig interessiert haben, aber jetzt einfach mal zeigen können, okay, komm, die schauen wir jetzt einfach mal weg. Und ja, am 10. Mai habe ich dann mal gestartet mit einem Film, den ich wirklich vor vielen Jahren das letzte Mal gesehen habe und den extrem langweilig fand. Ist auch ein Film von Tim Burton und ich liebe eigentlich auch diesen Regisseur, ja, aber es ist hier Ed Wood. In Hauptrolle haben wir natürlich wieder Johnny Depp als Roller als Ed Wood und hier geht es um einen, ja, um den schlechtesten Filmeredisseur aller Zeiten, wie er in diesem Film heißt und ist ein Schwarz-Weiß-Film und aber, muss gestehen, ich habe ihn wirklich schlecht in Erinnerung, also er war jetzt gar nicht mal so extrem schlecht, ist ein Drama, kann man sagen, er ist auch extrem langgezogen, geht 123 Minuten, ist auf jeden Fall jetzt kein Film, den man sich jetzt öfters mal angucken wird, außer vielleicht ein-, zweimal. Er hat mir trotzdem gefallen, Rolle von Johnny Depp natürlich auch überspitzt wie immer, aber auch hier muss man sich vorheben, auch der gute Bill Murray, der hier mitspielt, als ja, homosexuellen Produzenten, unglaublich geil gespielt, hat mir sehr gut gefallen und der Film bekommt von mir jetzt 8 von 10 Punkten. Der nächste Film, ebenfalls ein Film, auch mit Johnny Depp, wie schon gesagt, alles Filme von diesen diese Woche 100 Schnelltabfilmen und zwar Don Juan de Malco, der größte Liebhaber der Welt. Hier spielt eben Don Juan de Malco und er bildet sich eben ein, er ist der größte Liebhaber aller Zeiten, aber seine große Liebe versagt ihm sein Lieb und deswegen möchte er sich gern umbringen. Ein Psychiater, ein Arzt, führen ihn auf dem Fensterdach, auf dem Fensterdach, um, wo er runterspringen will, er rettet ihn und dann muss er leider in die Psychiatrie eingewiesen werden und alle glauben ihm nicht, dass er Don Juan ist und dieser Psychiater nimmt ihn dann in die Obhut und versucht dann zu überzeugen, dass er eben ein ganz normaler Mensch ist, aber in dem Falle stimmt es eventuell, denn er erzählt ihm viele, ganz viele Geschichten und irgendwie kommt dann der Reiz auch beim Psychiater an und auch ein sehr schöner Film, muss ich wirklich sagen, ist jetzt auch kein, ja jetzt kein klassischer Liebes-Romanzen-Film, ist jetzt nicht, er ist wirklich sehr gut gemacht, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hat auch ein paar Nachhinein auch noch dabei, auch eine gute Rolle hier von Johnny Depp und auch dieser Film bekommt von mir 8 von 10 Punkte, geht 90 Minuten, ist ein kleiner kurzer Filmchen, der auch rechtzügig vorangeht. Ja, Don Juan bekommt von mir 8 von 10 Punkte. So, und jetzt, jetzt kommen wir, glaube ich, für mich zu den schlimmsten Filmen von ganzen Johnny Depp Filmen, nämlich am 11. Mai haben wir angeguckt, Dead Man, ein Film von Jim Ja, Musch, Ja, Musch, ich spiele wirklich extrem viel, liebe keine Schauspiel mit, unter allem auch hier Iggy Pop, Billy Bob Thornton zum Beispiel, auch Gabriel Brian, John Hurt auch spielt hier mit, der Film geht 121 Minuten und ich muss echt gestehen, ich habe keinen Plan, um was es bei diesem Film ging, ohne Scheiß, ich bin schon bei den ersten 10 Minuten ausgestiegen, ich habe mir den Film komplett angeguckt, aber es war eigentlich so ein anstrengender Film, es ist also ein reiner, wirklich für mich ein richtiger Arthouse-Film, kann man jetzt hier bezeichnen, liebe Grüße und nicht, lieber Kadaver, eventuell kennt ihr diesen Film auch, also für mich hat dieser Film absolut nichts Überzeugungsübers übrig gebracht, also wirklich Langeweile pur, der ganze Film über, entweder wir nicht verstanden, wir auch sein, aber es gibt jemand Buchhalter, der eben eine Firma anfangen möchte und er sie mit einer Frau dann trifft, die wird dann von ihrem Ehegang umgebracht und dann stellt sie heraus, zumindest dann ist er derjenige, der eben der Tatverdächtige ist und er muss dann flüchten und trifft auf einem Jahr dann auch und somit wird er dann auch zum Banditen eben auch und dann muss er eben seine Unschuld beweisen. Das klingt so ein bisschen, aber sonst ist dieser Film, 12 Jahre, also ein Schlagsinn-Film, 3 von 10 Punkte, 5 von mir dieser Film, ich fand extrem schlecht, extrem langatmig, langweilig, 121 Minuten, wow, wirklich anstrengend, aber er gehört nochmal mit zur Johnny Depp-Rolle, aber nein. So, der nächste Film, ein Film von Johnny Depp mit Johnny Depp und zwar seine Regie-Debüte hier gemacht mit Mel und Brando auch und Johnny Depp hier und zwar The Brave. The Brave ist ein Drama, da geht es um einen Indianer, der halt eben in wirklichen Slums liegt, auf einem Schrottplatz leben sie, hat eine Familie mit Kind und Kegel, findet aber keine Arbeit, war sehr oft im Gefängnis, weil er eben mit Diebstahl gemacht hat und er sucht jetzt eben eine anständige Arbeit. Bloß da, wo er wohnt, gibt es eben keine Arbeit mehr und dort trifft ihn auf einen reichen Mann, eben gespielt von Mel und Brando, der ihm 50.000 Dollar anbietet, wenn er sich vor ihm oder von ihm umbringen lässt, feuern lässt und sich erinnert und töten lässt. Er bringt ein und dann in diesem Film geht es ihm dann um diese sieben Tage bis in das Eintritt und auch in der Veränderung irgendwie, wie es ihm auch dann geht. Ein schöner, herzterreißender Film, muss man wirklich sagen, geht 121 Minuten auch, war ja auch mein erstes und auf jeden Fall auch eine sehr gute Regiearbeit, wo er hier Johnny Depp gemacht hat und der Film bekommt von mir 7 von 10 Punkte, auf jeden Fall der Schluss, hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht, ganz ehrlich, aber auf jeden Fall ein sehr guter Film von Johnny Depp. So, dann haben wir einen weiteren Film angeguckt und zwar am 12. Mai, wenn Träume fliegen lernen, mit Johnny Depp und Kate Winslet und da muss ich wirklich sagen, ich habe hier wieder was komplett anderes erwartet, dieser Film habe ich gedacht, okay, das wird eine komplette Liebeschnürze werden, oh mein Gott, das wird richtig anstrengend. Aber, dieser Film geht es um die Geschichte von Peter Pan, wie es entstanden ist. Ein herzterreißender Film, wirklich wahr, also ein guter Laune Film kann man auch sagen, der wirklich ins Herz geht, der einen wirklich mitnimmt, hat mich völlig überzeugt. Dieser Film macht mir extrem viel Spaß und werde auch nochmal angucken, meine lieben Frau, denn sie hatten zwar extrem große Lust gehabt, mit mir die ganzen Johnny Depp Filme anzugucken, sie mag ihn gerne als Jack Sparrow, aber dann war es das aber auch schon, denn, ja. Aber hier muss ich wirklich sagen, ein ganz, ganz toller Film, wirklich wahr, extrem gut geschauspielte, auch hier wieder von Johnny Depp, hat extrem viel Spaß und kann nur sagen, wenn ihr ihn nicht gesehen haben sollte, eine wunderschöne Geschichte und ihn einfach mal angucken, lohnt sich auf jeden Fall. Und der Film bekommt für mich 8,5 von 10 Punkten, geht nur eine Minute, also recht kurz auch, hätte es so länger gehen können, auf jeden Fall ein ganz toller Film, wirklich wahr, mit viel Fantasie und mit viel Herzschmerz. So, der nächste ist dann gewesen am 13. Mai und zwar in stürmischen Zeiten. Hier ist eigentlich Johnny Depp, wird eigentlich eher eine Nebenrolle, kann man sagen. Hier geht es um eine junge Dame, die in Russland geboren wird, also in Russland lebt. Sie wird dann ausgestoßen und versucht, ihn dann in London sich zurechtzufinden. Dort bekommt sie eine neue Identität, nämlich heißt ihm dann Sophie dann und sie, Susie heißt sie, und sie reist dann nach Paris und wird dann eben Opernsänger. Und sie liebt sie dann in Johnny Depp und dann kommt eben dann der Krieg und sie versuchen ihm dann zu flüchten. Auch ein sehr schöner Film, hatte ich auch nicht so erwartet. Es ist auch keine normale Liebestolze, auch hier ein bisschen ein nachdenklicher Film, kann man auch sagen. Und der Film geht auch gerade über 95 Minuten, auch hier recht kurz gehalten. Es ist jetzt keine Glanzleistung von ihm oder auch von ihm, von allgemein für der ganzen Schauspielerleistung, aber auf jeden Fall trotzdem all dem sehr schön. Auch hier mit dabei haben wir ja auch den guten John Tortoro, den man ja auch von Transformers kennt, hat auf jeden Fall eine extrem gute Opernstimme. Er ist ja auch Opernsänger, kommt extrem gut rüber und in stürmischen Zeiten bekommen von mir 7 von 10 Punkten. So, der nächste Film mit Johnny Depp ist dann hier wieder, wo er eine Hauptrolle hat. Hier ist eben Silbertain mit John Malkovich und Rosamund Pike. Hier geht es um einen, ja, John Depp ist hier ein ganz ausgefuchster Gauner, der eigentlich jede Frau ins Bett bringt. Es spielt im 16. Jahrhundert zum Zeit des Königs Ludwig. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ich wollte etwas verkehrtes sagen. Im 17. Jahrhundert zum Spiel, und zwar im englischen Königsreich. Von König Charles II, gespielt von John Malkovich. Er versucht eben dann auch, ihm Frauen aufzureisen. Ist jetzt auch nicht so ganz der Oberburner gewesen, dieser Film. Und bekommt von mir 6 von 10 Punkten. Geht auch ein bisschen länger, 113 Minuten. Also erzieht sich auch ein bisschen, muss man wirklich sagen. Aber wieder eine recht imposante Rolle von Johnny Depp, wo er immer gespielt hat. Wenn man so extravagant ist, und das auf jeden Fall auch wieder mit dabei. So, auch wieder ein Film mit Johnny Depp, und zwar Arizona Dream. Ein Film von Emilia Husturica mit Jerry Lewis und auf Faye Dunaway. Auch dieser Film ist wieder ein bisschen ein spezieller Film. Auch schon so wie Dead Man. Aber, auf jeden Fall sehr interessant. Auch er ist hier wieder ein junger Mann. Der hat eben dann in die Arizona reist, um dort eine große Hochzeit zu feiern. Von seinem Bruder. Und sein Onkel ist eben ein riesengroßer Besitzer von einem Cadillac Automobilunternehmen. Und er verguckt dann bei einer netten Dame, die ihm gerade eben ein Auto verkaufen möchte. Die ist auch völlig durchgeknallt. Und die beiden verlieben sich dann an ihre Tochter, versuchen ihm diese Liebe auch anzubringen. Auch ein sehr spezieller Film. Muss man wirklich sagen, für nicht jedermanns Geschmack. Meinerweise auch nicht ganz so der Filmgeschmack. Aber er war auf jeden Fall trotzdem noch ansehnlich als hier Dead Man. Dieser Film bekommt von mir 7 von 10 Punkte. Mit der Schauschuleleitung wird er extrem gut. Auch ein paar witzige Sinne dabei. Aber auch hier kein Vergleich zu anderen Rollen von Johnny Depp. So, dann haben wir hier noch L.A. With a Map. L.A. With a Map ist auch ein sehr spezieller Film gewesen. Hier hat auch wieder der Schauschuleleitung nur eine ganz mini kleine Rolle. Denn er spielt nämlich hier eben William Blake aus Dead Man. Denn man sieht ihn nur ganz kurz eben als Plakat von diesem Film. Der Hauptcharakter von diesem Film hat eben ein Bild von Dead Man hängen. Und er spricht ab und zu mal mit diesem, mit William Blake. Und dann erwacht er mal ganz kurz zum Leben. Und er gibt ihm halt eben Ratschläge. Hier geht es um einen Leichenbestatter, der halt eben sich in eine Amerikanerin fliebt, die Schauspielerin ist. Er reist dann unbedingt nach L.A., um sie zu finden, um sie zu heiraten. Aber, wie es immer so ist, natürlich gibt es natürlich auch andere schicke, reiche Menschen, die ihn halt versuchen, ihm abzuwimmeln. Und diese Frau eben dir selbst ergattern möchten. Ist ein klassisches Liebesgeschichte, kann man sagen. Die jetzt eben zum Schluss auch wieder aufgeht. Oder auch nicht. Hm, ich bin gespannt. Hat mich jetzt auch noch ganz überzeugt. Also es gibt auf jeden Fall auch bessere Filme. Und natürlich hier Giant Depp wirklich in eine mini kleine Rolle dabei. Aber als Giant Depp-Fan braucht man auch diesen Film. Der Film bekommt von mir 7 von 10 Punkten. So, und dann habe ich dann mit meiner lieben Frau einen Film angeguckt. Auf den ich mich auch gedacht habe. Okay, eine liebe Stülze schlechthin. Lassen Sie sich verzaubern. Jocolat, ein kleiner Biss genügt mit Juliette Binoche und Judi Dench. Und ja, auch hier komplett Nullerwartung an diesem Film gehabt. Muss man wirklich sagen. Hier ist eigentlich auch Giant Depp eigentlich eher wieder eine Nebenrolle. In 7 von ungefähr so 10, 20 Minuten im ganzen Film. Zum Schluss noch ein bisschen mehr. Aber, also auch dieser Film ist auch ein Film, der einfach gut Laune verbreitet. Hier geht es eben um diese Dame hier, die in einer französischen kleinen Stadt einen Süßigkeitenladen eröffnet, eine Schokolaterie aufmacht vor der Kirche. Aber der Bürgermeister ist halt sehr konservativ eingestellt. Es ist Fastenzeit und es darf natürlich keine Schokolade essen. Aber sie wickelt eben viele Menschen um die Finger. Und dann freuen Sie sich eben mit der Judi Dench an, mit der Großmutter eines Jungen, die sie das eigentlich nicht mehr gesehen hat. Und dann kommen auch noch die Piraten. Und wer ist wohl da der Käpt'n von diesen Piraten? Natürlich Johnny Depp. Und dann gibt es ein kleines Techtelmechtel. Aber man muss wirklich sagen, dieser Film ist wirklich ein verzauberter Film. Das ist, lassen Sie sich verzaubern, es ist echt ein wunderschöner Film. Unglaublich, hätte ich nicht erwartet, dass mir dieser Film so gut gefällt. Ist von den ganzen Filmen, die ich jetzt hier gesehen habe, mit meiner Nummer 1 von diesen ganzen 12 Filmen, die ich jetzt gesehen habe. Danach kommt gleich, wenn Träume fliegen lernen, auch ein ganz zauberhafter Film für die ganze Familie, für nachmittags, wenn es außen regnet. Dann kommt man sich diesen Film an und hat es auf jeden Fall gut gelaunt. Der Film bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Er macht einfach extrem viel Spaß und macht auch extrem viel Hunger auf Schokolade. Nach diesem Film, während diesem Film, ich brauche jetzt eine Schokolade, ich brauche jetzt eine Schokolade. Ja, der Film ist wirklich echt ganz toll. Gibt 21 Minuten und kann nur sagen, wenn ihr ihn nicht kennt, den einfach mal anzuholen. So, und dann habe ich noch abends geguckt, bevor mein Freund ins Bett gegangen ist, ist dann noch Jaiva, Javier Bardem, der ja auch von Flugzeuggebic 5, der Käpt'n spielt, Before Night Falls. Ja, ich habe ihn schon vor ein paar Wochen mal angeguckt, zu gucken, bin dabei eingeschlafen. Und hier geht es um einen Schriftsteller, der in Kuba aufwächst, ist dann homosexuell geworden, hat Bücher geschrieben, aber bei der Fiddle Castro Regime wurden eben die homosexuellen und auch natürlich dann das ganze Schriftsteller auch hier dezimiert, einfach aus dem Grund, weil sie können natürlich was gegen das Regime schreiben. Und somit musste er auch ins Gefängnis, also eine Biografie über diesen Schriftsteller, muss man kurz sagen, wie er euch hier heißt, das habe ich schon vergessen, den Namen von dem Schriftsteller, Rinaldo Arenas, ja, tja. Und dann natürlich auch ein sehr interessanter Film, auf jeden Fall auch, hat mir auch am Anfang nicht ganz überzeugt, aber dann zum Schluss wirklich, wow, ein ganz tolle Biografie über diesen Film. Diesen Film gibt es noch nicht auf Blu-ray, er gibt es nur auf DVD, ist auch sehr teuer gewesen, diese DVD, auch ein Drama-Film und haben wir hier Joint-Dem auch in eine ganz mini-kleine Rolle als einen General im Gefängnis, also wirklich auch hier eine minimale Rolle, Hauptrolle hat hier auf jeden Fall auch der Child of the Badem und spielt diese Rolle auch extremst gut, ja, extremst gut und kann nur sagen, auch ein ganz toller Film, bekommt von mir 8 von 10 Punkte, auch dieser Film, wenn man gucken kann, einfach mal ansehen, also jetzt den Film für so teures Geld kaufen, würde ich jetzt nicht, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch jetzt bei Rebuy gekauft, weil ich sehe nicht ein für DVD, so wie es auch so zu geben, bei Amazon ist es glaube ich bei 33 Euro, guck mal bei Rebuy vorbei, da habe ich dann glaube ich gekauft für 10, 15 Euro, ist auch noch teuer für eine DVD, aber ich wollte einfach keinen ganzen Trader-Film haben und damit war es für mich auch dann erledigt, ja, also, Bevor Night Falls, ein ganz toller Film, auch 8 von 10 Punkte und dann noch, wollte ich euch noch den Film angucken, das Kabelete des Dr. Panassos, leider ist die Disc irgendwie beschädigt und deswegen wird es ausgetauscht, also muss ich euch den vorletzten Film angucken, von Schönen Depp aus meiner Liste noch und zwar Happy End mit Hinternissen und das ist ein französischer Film. Auch ein ganz toller Film, nicht auch nicht erwartet, auch hier haben wir jetzt schon wieder eine mini-kleine Rolle, also wirklich noch kleiner als alle Rollen, wie bisher, wir sind ungefähr, naja, kurz mal für 2 Minuten am Mitte Teil des Films und dann zum Ende hin nochmal 2 Minuten, also ungefähr 4 Minuten, hat auch eine extrem kurze Rolle, aber diese Rolle hat es auf jeden Fall zum Schluss noch in sich, also die Rolle, hat die auch gerne gemacht, er ist eigentlich nur zum Küssen da, dieser ganze gute Mann, ja, hier geht es eben um 3 Pärchen, die halt eben ein paar Probleme haben mit ihrer Beziehung haben, wie es natürlich auch immer ist, weil man verheiratet ist, haben wir Kinder, gibt immer einige Probleme, ja, und diese Probleme werden in diesem Film natürlich auch gut ausgeschildert und auch beschrieben auch, einer geht dann fremd und ja, wie das halt alles ausgeht, Ende ein bisschen konfus, hätte mir die Firma ein bisschen länger gewünscht noch, aber hat mir auch Spaß gemacht, geht 106 Minuten dieser Film und bekommt von mir ebenfalls 8 von 10 Punkte. Und das waren meine ganzen Journalist-Filme, die ich jetzt diese Woche angeguckt habe, es fehlt nur noch ein einziger, da habe ich alle Journalist-Filme gesehen, eventuell gibt es ein Video dazu von allen Filmen von Journalist-Filmen, die ich jetzt hier in meiner Sammlung habe, und ja, was habt ihr denn diese Woche angeguckt? Schreibt es gerne in die Kommentare rein, würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, bleibt alle gesund und Tschüss mit Ö und Bip und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.